Warum haben wir Microsoft als Partner gewählt? Ja, ich denke, das Gesamtpaket hat uns im Endeffekt überzeugt. Die Situation, in der wir waren, war eindeutig. Wir waren auf Lotus Notes. Wir hatten Office 2003 und wir mussten einen Weg finden, nicht einfach nur ein Update zu fahren, sondern wirklich unseren Usern eine, wie man so schön sagt, eine neue Experience zu bieten. Ich als Mitarbeiterin und auch meine Kollegen wünschen sich von einer modernen Kommunikation, dass wir sehr einfach miteinander kommunizieren können, auch über Distanzen hinweg. Wir arbeiten sehr international und wünschen uns da eben einen Austausch, der schnell, einfach und eben zu jeder Zeit möglich ist. Wir leben in einem digitalen Zeitalter und vernetztes Arbeiten ist für uns zwingend erforderlich, nicht nur jetzt, aber auch gerade in Zukunft und unsere Ziele zu erreichen. Wir sind ein global agierendes Unternehmen und brauchen natürlich eine Kultur, die alle Ländergrenzen überschreitet und Kulturen miteinander verbindet. Mit Office 365 haben wir jetzt eine neue Plattform gefunden, die nicht nur moderner anmutet, sondern mit der Funktionalität auch noch dafür sorgt, dass wir schneller und effizienter zusammenarbeiten. Wenn wir beispielsweise Team-Meetings haben und wir sind ein sehr global aufgestelltes Team, das heißt, hier nutzen wir sehr stark SharePoint, um alle wesentlichen Dokumente miteinander teilen zu können und daran arbeiten zu können. Wenn wir dann eben Team-Meetings haben, dann binden wir Kollegen, die in den USA sitzen, über Link Online ein und so können sie dann auch ganz konkret hier im Arbeitsalltag in Düsseldorf auch teilhaben und sind eigentlich hautnah mit dabei. Ein Projekt dieser Größe, wo wir 45.000 Benutzer in etwas mehr als einem Jahr komplett umstellen auf eine neue Technologie, da geht es gar nicht ohne Kommunikation. Kommunikation war ein integraler Bestandteil dieses Projektes. Gerade die moderne Kommunikation in Form von Videos, in Form von neuen E-Learning-Angeboten an unsere Benutzer war ein wichtiger Bestandteil dieses Projektes und auch wirklich eigentlich der Schlüssel zum Erfolg dieses Projektes. Wenn man so eine fundamentale Veränderung, also eine neue Technologie in ein Unternehmen einführt, muss die Zusammenarbeit zwischen IT und Kommunikation idealerweise super laufen. Und ich kann nur bestätigen, das ist hier der Fall gewesen. Ein integraler Bestandteil unserer Arbeit als Kommunikation ist, ist, dass wir wirklich auch Wege aufzeigen, wie ist es sinnvoll, damit zu arbeiten und welche Chancen stecken eigentlich auch in der neuen Technologie. Jetzt, am Ende des Projektes, können wir sagen, dass die Migration wirklich sehr, sehr gut lief. Natürlich gab es einige Hürden. Von der Erwartungshaltung war klar, bei 45.000 Benutzern, die wir da umschwenken von einer Technologie in die andere, dass das nicht immer ganz halbungslos funktionieren kann. Aber zusammen mit Microsoft, zusammen mit ihrem Partner Alvinate, haben wir wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt gestellt. komplett mit einem Schwerpunkt, mit einem Schwerpunkt, am Ende des Projektes nicht mehr angefangen. Und die Möglichkeit, Vielen Dank.